scheiße ich bringe ein paar kollegen mit ich hoffe das ist nicht schlimm ich kümmere mich erst mal selber um die alles gut kann dir auch helfen auch nö hat er dieser schild typen auf einmal wieder weg alter das nervt nur wir latschen 100 mal durch oder er schubst uns da war man ist nicht man es nicht also was fliegt nichts durch ein durch wenn man diesem space ding ist dachte das wäre so noch so cool ist ein bogenschütze nicht gesehen hier ist ein paar fallen auch so lange ich unverwundbar bin ich mache mit jetzt benutze ich wollte gleichzeitig die arme ich hatte hier unten benutzt so mein stuff wieder da exkrieren heimlich hoch gemerkt ja ich habe ihn jetzt nicht also ich habe ihn moment jott zwei prozent deiner zauberkraft abschirmt das neu ist einmal das selbe buch bekommen die ach einmal west und stiefel nacht schratt stiefel ist hier ich habe einen witzstein ich hatte eben schon in der golden truja 2 gefunden also wir haben genug hier ist noch was in dem behälter hier ist jemand gestorben ich nehme einfach mal mit ist ja egal wer es mitnimmt hauptsache wir haben es und wir lassen hier nichts zurück ja so alles klar sehr gut also menschlichen lager ja ich denke auch das ist schon das nicht hohes lager hier ist meine beutze oh sorry du wolltest den ehren sorry ich bin tot jetzt warte 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 hier ich gebe die blut hier sind doch ganz viele alter hier sind drei stück wenn er hat schon hier ist noch ein wettsteintopf hier ist auch noch müll so also mein inventar ist fast voll schwefel erz schleifstein edelsteine ich mach mich komm wobei kommen die nehme ich mir noch mit so wollen wir dann zurück oder wie oder ja oder 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 wie jetzt oder und machen wir jetzt oder das überfordert sein das maßlos überfordert sein petra rallala petra trullala der kasperle ist wieder da der barbershop ich muss mich heilen sehr gut so jetzt gehen wir einen armbrust machen oder bogen da kommt einer armbrust oder zerquetscht sie wo war das denn noch mal eigentlich kann das nicht aus asterix ich weiß es gar nicht mehr genau hier erklärst du ist jedoch damals mal ein milchmann nicht doch kennst du das ja stimmt das hat obelix gesagt nein ich meine den gott herakles gönn dir den boi wir sind noch mal edelsteine baul du hast ja die ganzen edelsteine am start ja hier ist zweimal schwefel dein typ wird verlangt und rechts noch edelsteine hier ist zweimal kannst dich so hinstellen dass du beide gleichzeitig triffst hier vorne ist auch noch mal schwefel hier ist doch mal schwefel da oben alter man sieht so aus wie eine alte festung oder mhm das ist hier glaube ich so ein altes ja das ist ja auch so ein altes herz äh äh storytechnisch storytechnisch wurden wir ja auch äh wurden die vampire ja auch äh vertrieben ist das so das dungeon herz ja oh ja dann das kupfer geil alter alles voll hier da hinten ist auch noch mal schwefel man kann ja immer nur runterspringen nicht hoch ne stackt oder was ja leider so ein dicker baum hinten noch mal schwefel also wie viel ja hier ist es ja ein bisschen höher er ist so gut dass wir hier umgebaut haben direkt hier ist auch noch mal schwefel ach ne ist kupfer ist kupfer ist kupfer hier ist auch kupfer hier ist schwefel irgendwie sehr gut ja und james wenn im norden kannst du runterspringen dann können wir hier einmal das spiel kann man hier folgen und dann zu uns kommen aber da ist äh wasser oben bringt nix vielleicht ist hier was ein secret oder so ach so ja das kann sein dass der loot oder so ein scheiß ist jetzt einfach nach oben james ach da safe hier alter da sind noch mal edelsteine oben die alphatiere spielen schon mal aus nach vorne ja da sind edelsteine oben das hat keiner was zu bemängeln äh tony also poste was hast du gerade gesagt rauch hier sind steine oben aber ich weiß nicht wie man da hochkommt ja zusatz für nächste da waren zwei säulen edelsteine ich hab gerade gesagt so die beiden alphatiere spähen schon mal vorne aus keiner hat was gesagt ich glaube so funktioniert das nicht dass es zwei alphatiere gibt oder obwohl doch bei wölfen schon da ist doch immer ein männchen und ein weibchen die das Rudel anführen ja das stimmt das alpha weibchen kümmert sich um die weibchen alpha männchen um die männchen eigentlich smart gelöst oh wetstone nice bitte ich wusste ich gar nicht oh nooo ja ist voll krass ne ja tony für dich bin ich auch das weibchen kein problem darauf erst mal johon darauf gleich erstmal oh shit meint's ich kann schon pink genutzt ja aber der schatten wandert weiter ich glaube hier hinter ist man hier hinter bin ich safer glaube ich da bist du grad nicht safe der schatten wandert weiter echt und der wirft bumpen der hat nen to- ja klar wegen der sonne die sonne ja ja es ist mir schon klar aber ich dachte der schatten bleibt immer gleich also ich weiß schon dass es realistisch ist räume bewegen sich also das also dass die sonne bewegt sich nehm wir müssen mal drauf achten der schatten der schatten der schatten bewegt sich weiter je nachdem wo die sonne steht tatsächlich ja bewegt sich leicht ja ok ist mir vorher gar nicht aufgefallen ich bin doch wie rising main blind gestartet heute blind gestartet und direkt durchgezockt ja ich habe schon letztes gier wo seid ihr leute ich bin fertig der letzte boss war ein bisschen easy auch easy immer würdest du auch sagen dass man ich muss übelst dringend pinkeln aber tony hier will ich doch safe oder ewig ich geh kurz pinkeln ja du da so habe ich ja noch ein paar ressourcen gefunden in der ehemaligen ruine sehr gut da komme ich jetzt auch zurück Hayat 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 wo war das Handy nochmal her das wird gleich richtig sick keine ahnung das war bei uns in der ausbildung haben wir das tausendfach immer gesagt war schon ewig her junge echt war das nicht schon damals in der schule war das nicht in der schule nein 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 so früh kenne ich das noch nicht mit basti hast du erzählt das irgendwie mit basti aber keine ahnung ne gar nicht kann auch sein dass ich mich falsch erinnern ja gut ok ne ne wirklich nicht also kenne ich es nur von dir eigentlich ja das bringt nichts diese schilder hier dran zu heften es bringt gar nichts oh doch sieht geil aus und man sieht da sind viele leute und die brauchen ihre schilder nicht weil sie können sie hier drauf kleben ja die haben jeder drei schilde ah ok die schilder jetzt ja gut ok lassen wir weiter oder können ja derweil schon mal zurück derweil ich bräuchte mal wieder blut auch das wäre gar nicht mal so schall oh der ist 32 der boy da hinten ja ne ich glaube die können wir knicken aber wir müssen sie weglocken von den jungs ja vorbei ja den ein oder anderen können wir killen aber oh ich brauche auch noch im stüssel fuck ich brauche unbedingt blut hauptsache sie gehen jetzt nicht zu raymond und tony aber tony ist da hat er gerade gesagt ne ne die sind noch auf uns ja ja guck mir können die klatschen ja meinste die haben beide im schädel aber ja ja aber ich muss mich jetzt mit kurz heilen verdammte scheiße ja ich brauchte halt auch die ganze zeit blut dann ist immer scheiße zu fighten hä geil so ne nerft grad im nerf ja man ist ja bald wieder nacht ah kann man nähren sehr gut ok das kommt man mischt und ich retz dich mal ja rolle aber ja danke aber pass auch mal auf du brauchst ja auch ja ja ich hab volles blut ich hab grad genährt ach geil habe mich gerade genährt da kommt der boi aus dem schatten und greift erstmal ab sehr gut hin kein kill stimmt wolfsohn oh hier sind pflanzen blutrose und noch eine geile das irerste freund immer großartig noch mehr rosen wo denn die sind bär und ein bär alter drei rosen ja sehr gut der bär ist schon angestochen das ist ein elf komm mach dir ins solo komm genau auf uns zu was ach nice wer ne ich war ja gestorben ich brauch halt einfach noch sinnlos blatt und bärenblut ist besser als kein blut ach hier sind nochmal pflanzen feuerblüte sehr gut und endlich schön 15 das ist schon mal besser als ein lehrer 21 prozent schurke ja guck ne what ja die werden sicker jetzt ne ok 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 wenn er das so wenn er so was ain't it hard i've got to what a way i've got to hier oben sind nochmal kristalle koppel ich bin voll kann dir koppel jemand mitnehmen ja kann ich auch also ich bin ja ich hab ja nicht zu viel komm easy komm wir haben jetzt nochmal die blumen ne oder ist das nicht das ganzen jewels ne das ist noch gar nicht da ach ich hab ja meine sicht gedreht scheiße also so wieder menschen aber auf die können wir mal pfeifen oh oh ne immer wirklich anfangen zu pfeifen ich laufe immer noch mit dem Baumschatten aber das braucht man ja gar nicht mehr wir müssen auf jeden fall gleich richtig viel stein farmen ne nöch geil ich hab ein bisschen stein dabei jo aber ich meine nur weil wir ja gleich bubriks herstellen ja ja genau also da brauchen wir richtig viele von niederbrotkupfer zu nicht wahrscheinlich die main baugesauce ne ah wir können hier endlich ernten oder sehr gut welche können wir endlich ernten ja ich hab hier hinten pflanzen genau ja da siehst du doch so ein so ein ring drum wie bei den bäumen auch und der baum ist auch gewachsen ne so halt da ich hab so viele ressourcen ich schuld zu schreiben die wir alle die rezepte ich hoffe workshop flooring castle flooring workshop flooring okay gut hier sind trauerlinien samen die pflanze ich gleich mal so jetzt bitte den ganzen staub ganzen stein hier in diese mühle machen alter in den grinder crafting oder müssen wir ein bisschen alle oder wie da habe ich viel kupfer und so weiter ich packe das waren direkt ins verarbeitungs dingens rein so presse wo kommt das schwefel hin ich würde ich sage erst mal zur alchemie dann in der tat können wir eigentlich die scheiße schon mal durch pressen wörmennest rosa 4 edelstein staub und nebelstein habe ich ich glaube eine kiste für die ganze steine gibt es keine größere kisten ja gut ist aber die müssen die mail ist gleich groß und die ganz rechts ist eine persönliche kiste die ist nur für dich können wir trotzdem benutzen ja doch mal die steine rein oder so zum bau material hatte ich mal rein ein bisschen auseinander stellen also das hat mich so ab dass sie jetzt dass ich immer nicht an diese scheiß kisten rankommen alter ja finde ich auch ein bisschen nervig ist lagersystem wieder viel ich drehe einfach die sicht ich drehe einfach die sicht ja das mache ich tatsächlich auch wenn ich hier rumhängen also mit den dingens ist gar nicht ruhig mit dem zeug ja ich auch nicht ich mache mal ein paar mehr ne ich brauche mal ein paar kisten das geht ja so nicht weiter ganz viele idee nur für die grundsachen ich mache das lager mal hier oben hin ok ungeziefer mega geil wie das aussieht ja ich mache mal die ganzen edelsteine hier zack das glas da mit rein diese höherwertigen was macht dieses ungeziefer nest jetzt hier genau da kriegen wir ratten also viecher die wir für bildung aussaugen benutzen können oder auch einfach für für blutessenz blutessenz brauchen wir ja um um hier dies dings hier das schlosszentrum zu erweitern ja genau die heim damit erhöhen wenn dies benutzbar wird steine hier nehme ich mal kurz aus kann ich noch irgendwo das kann damit rein das kann damit ein mit freien wie habt ihr denn den schlossboden gelegt raul dass du vorhin schon in den schlossboden verlegt ist doch diese mission ich habe noch gar eis gelegt gelegt